Esu, Hallöchen, Noribaba... ... ... Feig. Ähm... ... ganze Zeit hab ich halt noch gesucht. Ich wollte unbedingt diese fucking Anführer noch finden. Bei dem Rekrutenhof meinten sie das hier, wo Severin ist. Und dann natürlich im Norden. Ja, hab ein bisschen gedauert, bis ich gefunden hab. Aber jetzt kann ich wenigstens kloppen. Oh, warte. Oh, ja! Oh, ja! Oh. Oh! Oh, lolol! Loll! Der lite Wichser. Psch, 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 psch. Okay. Man muss einfach mit Aufladattacken arbeiten. Sonst wird man nicht glücklich. LOL. Oh, ich habe nicht abgespeichert davor. Ich bin da zwar hingelaufen. Tolle Sache. Ich habe nämlich erst mal geguckt, ob ich, ob die hier, hier oben ist ja auch eine Ruine, ne? Ob die da vielleicht sein könnten? Deswegen war ich hier. Und ich renne hier nur nochmal hoch, weil hier zwei Würmer waren, die ich auch gleich mitgenommen hatte. Die ich jetzt natürlich mitnehmen möchte. Ja, das Spiel ist halt scheiße. Das Spiel will einfach, dass ihr alles seht. Ich glaube, das ist der wahre Grund. So. Südliche Ruine. War nicht viel. Und dann sind wir auch wieder da. Dann lohnt es sich nicht, das extra jetzt abzubrechen. So, blablabla, blablabla. Renn, 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 renn. Da war übrigens, da ist ja auch diese Ruine. Mit dieser Panzerheulschrecke, die ich richtig gehasst habe. Die erkunden wir dann auch gleich. Easy. So, speichern. Damit das nicht schon wieder ist. Bestimmt. Natürlich, der Letzte tötet mich wieder. Ja, bestimmt. Immer dieser gleiche fucking Elite-Krieger, man. Wo ist denn der Elite? Schuppiger Arschloch ist das, man. Jetzt lad doch schneller, man. Ich hab keinen Bock, zu warten hier. Komm, jetzt fängt der schon wieder toll an. Alter, dieser Elite-Wichser, ne? Ich hasse den Elite-Wichser. So unbruchbar und useless, diese Fucker. Ich stelle mir das gerade so vor, das Spiel müsste voll schwer sein. Wenn man sich nur auf 100 Stärke macht. Das ist ja fast unmöglich. Das heißt, man muss im Spiel Alchemie lernen. Ohne Alchemie ist das Spiel unnübt. Der Elite-Krieger muss sterben. Nein, der Elite! Der Elite! Ich kann nichts machen. Wenn ich umdrehe, dann... Oh Gott. Ja, ich sehe es schon kommen. Alter! Ich hab es schon kommen gesehen, eigentlich. Ich hasse alles. So, alles looten. Und weiter trinken. Ach, da ist ja noch einer. Ach, Leute. Nimm die Waffe. Die wollen es halt nicht anders verstehen. Die müssen halt immer einen auf die Fresse kriegen. Ach, ein Teleporter-Stein. Ach, das waren gemischt. Das waren zwei. Zwei Truppen. Deswegen waren das auch so viele. Ich hab halt alle Teleporter-Steine, wenn's so weitergeht. So. Komm her, Mann. Kein Bock mehr. Kunden war doch gemütlich diese Ruine hier. Ach, speichern. Jetzt kommen wir eh wieder fallen. Ich kenn das ja schon. So, komm her. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Aber irgendwie haben die Ruinen irgendwie nix. Also hier ist eigentlich nix. Bei den Ruinen davor war das auch schon so. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Da waren so komische Dinge auf dem Boden. Als ob da dauernd draufgehämmert wurde. Aber man ist sich dann immer doch nicht so sicher. Gut. Das hört sich ja an wie in der Arsche-Bestie. Nö, Elite-Krieger. Elite-Krieger. Ich kann diese Abkacke nicht mehr sehen. Meine Fresse. Ich kann es nicht mehr sehen. Oh, hier haben wir wieder eine Barriere. Ja, dann mach mal. Ach, das macht er wieder nicht. Ja, du bist voll random, Junge. Oder das ist noch storybedingt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich kloppe dir jetzt trotzdem noch nieder. Diese Arsche-Bestie. Wenn ich schon mal hier bin. Ah. Ah. Warte. Alter, unfair. Mann. Ey, ich war die ganze Zeit gebannt da hinten, Mann. Unfair. Mindestens hab ich gespeichert. Grütze. Jämmerliche Grütze. So, jetzt werden dir richtig die Leviten gelesen, ey. Nein! Ich möchte dieses Fuck-Herz haben. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Aber das sieht so besonders aus. Ich möchte das haben. Wahrscheinlich ist das einfach so eine scheiß Zutat für irgendeinen Trank oder so. Ich mach das jetzt einfach nochmal. So richtig useless, ey. Oh, ja! Oh, komm her. Ich häng fest! Ey, es ist so lame. Boah, fuck Ding, ey. Mein Gott, ist das schwer ein Scheiß-Part. Da ist doch so eine Barriere. Warte. So, jetzt. Nein. Die will er eh wieder nicht öffnen, aber die ist rot diesmal. Die öffnet er, okay. Das geht nicht beschwören, Trank. Die kriegt man eigentlich noch so... Ich will noch mehr von diesen Zaubern, die ich jetzt nicht mehr hab. Jetzt hab ich ja keins mehr von diesen öffnen Dingern. Ach komm. Aber tränke wieder. Ähm. Jetzt teleportieren wir uns wieder raus. Das einzige, was hier noch drin ist, ist diese komische Barriere, die ich nicht öffnen kann. Und jetzt haben wir noch eine Ruine. Ja, ich mach schon wieder viel Mist. Ich merk das schon wieder. Aber man muss halt alles irgendwie mal erkundet haben. Das gehört einfach dazu. Dazu! Wenn man schon mal so mächtig ist. Ich muss ja auch noch viele andere Gebiete. Aber das mach ich dann vielleicht Kapitel 4. Wenn ich irgendwann mal Kapitel 4 bin. Weil dann hab ich wenigstens alles offen. Was ich machen kann. Dann kann ich mir auch noch einen besseren Zweihänder schmieden, weiß ich. Ich glaub einen mit 90 Klingenschaden. Und zwar ist da hinten. War ja auch eine Ruine. Ich vergesse das nicht. Achso, wir können den bei Tränke saufen. Ach, guck mal. Hier sind auch. Ist ja her als allerliebst. Das ist immer so knapp gegen die. Einer hat Tripporter-Stein. Zwölf von vierzehn. Also das ist echt nicht mehr viel. Nichts. Nimm den Shit. Hier war eh wieder eine Falle, ne? Klapp drauf, die Kacke. So. Ups, jetzt hab ich hier runter. Äh, ja, hier. Kein Hebel, okay. Äh, doch da ist ein Hebel. Tillig. Tillig-Glose. Äh, lol. Äh, lol. Okay. Das hat sich jetzt wieder nicht so gelohnt. Und da ist es wieder der andere Ausgang. Ja, okay. Ostküste. Jetzt. Jetzt sind wir hier genau. Jetzt reisen wir. Wieso ist eigentlich... Das habe ich mich schon mal gefragt. Manchmal ist der Zauber so grün hinterlegt. Immer wenn man ihn benutzen kann, oder was? Nee. Manchmal ist das auf jeden Fall nicht. Oder bilde ich mir das ein? Hm. Na, ich wollte auf jeden Fall Eile benutzen. Eile! Jetzt rennen. Ich habe keinen Mana. Genau. Ich will diese Orks mich jetzt vernichten. Und dann kann ich weiter wieder zu diesem anderen Pisser gehen. schnipp, 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 schnipp. Hüp, 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 hüp. Biologie, Biologie. Nice, das passt perfekt. Und langsam, scheiße. Wieso kann man nicht immer so schnell rennen? Das ist doch behindert. So, Leute, speichern. Boah, das sind, ohne Scheiß, die haben den heftigsten Angriff, diese Ogre. Die haben den, mit Abstand, heftigsten Angriff. Das ist einfach... In dem Spiel kann man einfach nicht genug Tank sein. Man hat zwar einen übelst guten Angriff, aber... Oh, es wird dodgen arbeiten, in dem Spiel. Oh. Hilfe. Er hat gedodged. Okay. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich hier noch ein bisschen erkunde. Ihr wisst ja, ich erkunde gerne. Zack, der... die Dings bis jetzt. 13. Hmm... Dann habe ich, äh, schon wieder zu viel gemacht. Ja! Oh, ja! Ja, das scheint so, als ob der ziemlich viel zu tun ist. Also, es ist ein großes Gebiet, wie es aussieht. Der hat eine Karte. Wahrscheinlich die Karte von dem Gebiet, ne? LOL! Das kommt mir scheiße bekannt vor. Ich weiß welch... Das ist... Das ist das hier. Das ist die gleiche Höhle. Das ist der andere Eingang. Ja, da kunde ich die jetzt schon. Ach komm. Ja, mach die Kombo, komm. Mach die Kombo. Stück Scheiß. Ich halte mich eh wieder hoch. Das hat nichts. Das hat nichts. Oh. Ruhig. Hier war doch gerade was, ja. Ach, die gibt's auch hier. Diese kleinen Ekelpakete. Ich frage mich, ob es in der Höhle irgendwas Besonderes gibt. Ob es das wert ist, ja. Durchzulaufen. Ich schweiß ja nicht. Aber ich klopfe einfach alles nieder. Schon wieder Level Aufstieg. Schon wieder 20 Lernpunkte. Das geht ja richtig fix. Die geben ja auch alle voll viel Erfahrung, ey. Ruhig. Nichts zu holen. Boah, wie aggressiv die sind, ey. Ja, dann geht's hier weiter. Oh, Leute. Oh, Leute. Ja. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Dort, dort, dort. Oh Mann. Oh, my God. Just. Hu. Loll, Telepottstein. Es fehlt mir nur noch einer. Lalalalalala. Ob ich den einen auch irgendwann finde. Ob ich bei dem nachgucken muss. Mal gucken. Was gefällt mir schon mal, dass ich 13 von 14 gefunden habe. Und Kisten gibt es hier auch. Rostiges Schwert, Verwandlung, Aschebestie. Ui, das ist wieder so eine Barriere. Ey, ich wette, die haben was mit der Story zu tun, deswegen... Ich muss mir merken, wo die waren. Eins, da wo ich das Schwert gefunden habe. Das zweite hier und das dritte in dem Grab da. Das brauche ich gar nicht versuchen. Es ist blau. Okay. Dicke Höhle, ey. Ich werde die Höhle wahrscheinlich noch zu Ende erkunden und dann ist der Part schon wieder zu Ende. Heftig. Weg da! Oh, naja. Okay. Äh, gut. Kreisel, nice. Scheiße, was hatte der denn? Scheiße, was hatte der denn? Nein, nicht runterfallen. Gut, da ist irgendwas. Diese Höhle, ne? Diese Telekinese. Achso. Achso, ich hätte auch Telekinesen können. Na gut. Geht so auch? Mhm. Das ist wieder so ein Mechanismus. Wo ist der Mechanismus dafür? Geh ab, fucker. Bestimmt da unten, ey. Nup. 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 Äh, ja, hier wieder zurück. Oh. Eine Feuerstelle. Guck mal, der sitzt am Feuer. Und mit Schlüssel, ne? Ja, oh Gott. Oh, ich dachte schon diesmal. Und nochmal. Und nochmal von vorne. Alter, bin ich behindert? Nehmen wir gerne. Ja, die Höhle ist so eine Sache. Äh, ich komm hier gar nicht hoch. Ah doch, hier. Ja doch. Immer diese Kreisel, ey. Ich bitte euch. Und alles abschlachten, was hier ist. Oh, Leute. Och, komm. Unglaublich. Eklige Viecher, ey. Weg mit euch. Weg mit euch. Oh, ja. So. Sehr. Und jetzt. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, da, ne? Ja. Höhle erkundet. Außer diese paar Kraftfelder. Die da noch waren. Östliche Vulkangrott. Okay. Okay. Ich werde jetzt trotzdem noch kurz hier zu dem Bimbo laufen. Mal gucken, was das so zu sagen hat. Ich glaube, das ist gut, wenn ich von hier aus laufe. Ist zwar wieder ein kleinerer Weg, aber... Ich glaube, in Ordnung. Im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, in Ordnung. Gut. Hallo, mein Dosser, du kleines Stinkeschwein. Ich hoffe, du hast deinen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand achten. Was? Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Hä? Zeit zum Kämpfen. Lol. Das war vorher nicht da. Alter, die beschützen mich auch gar nicht, ne? Alter, das mache ich. Oh Gott. Alter. Niemand schlägt mich. Hallo, wartet. Hallo? Lol. Du kannst mir nicht entkommen. Ist nicht euer Ernst jetzt, ne? Ich kann ihn ja nicht mal töten, das ist unbesiegbar. Lol. Das Spiel ist doch scheiße, halt. Ja, lauf nur. Oh, scheiße. Junge. Junge. Ich kann dich nicht töten, das ist unfair. Ja. Na ja, halt die Fresse, verdammt. Und er lacht. Warte, wir machen Witze-Zauber. Ja. Nein. Du kannst mir nicht entkommen. Was? Wir müssen weiter... Ja, beruhig dich endlich, ey. Der war echt gut. Danke. Ja, danke. Ja, was denn? Hier ist es. Was ist hier? Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Lol. Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Toll. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Alter, du bist so behindert. Aber ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht töten. Nix kann man hier töten, ey. Wenn's, du kleines Dreckschwein. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl. Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Kürtel zu kommen. Beeil dich. Der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf. Ja, beruhig dich los. Und hör auf, mich hier anzugreifen. Jetzt kriegst du wieder zurück. Wenn du verwundbar bist. Oh, alter. Toll. Ich hab doch sowas nicht mehr. Und die haben sowas auch nicht fallen gelassen, glaube ich. Ja, da wird er eh gleich was erkunden noch. Okay, er macht's. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Und weiter geht's. Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Hm. Hm. Hier, siehst du diese Tür? Wättest du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Wüste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird. Stell sie auf den Altar. Mach doch selber, Alter, du stinkstiefel. Alter, nicht sterben, ey. Geh einfach nur sterben. Ich dachte, der greift mich jetzt auch an, ey. Oh, Gott. Warte, Junge, der Part ist fast... Der Part ist zu Ende, Junge, warte. Tja, die Biestern, das wusste ich. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Alter, geh einfach kacken. Ich bin Ursegor, Herrscher über die Titanen. Und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine. Oder? Ach Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Okay. Hast du alles? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Okay, jetzt bräuch ich wieder ein bisschen mehr für ein Level ab. Aber ich habe jetzt 20 Lernpunkte. Lass mich auch mal gucken. Danke. Und jetzt kann ich... Warte, nein, nein. Oh, lol. Ist der tot? Ne, okay. Halte wie befohlen! Ja, ja. Ich habe die Quest hier. Lol, die Karte. Ach, hier wollen sie durchdrehen. Genau, hier wollen sie rein. Ich habe jetzt die Quest abgeschlossen. Vielleicht sollte ich vorher zum Druiden gehen. Das machen wir aber im nächsten Part. Wenn es wieder heißt... Risen... ... Ich habe noch... Vielen Dank.